Entwarnung! Bundesregierung tastet Witwenrente nicht an. Schnitzersvorschlag abgewiesen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Wir haben ja in den letzten Tagen irre viele Anfragen zum Thema Witwen, Witwerrenten, hinterbliebenen Renten allgemein bekommen und immer die ganz große Angst im Spiel, wird jetzt meine Witwenrente aberkannt, denn die Wirtschaftsweise, Schnitzer hat ja den Vorschlag gemacht und da kann es ja sein, dass meine Witwenrente dann auch, die ich jetzt schon habe, aberkannt wird. Was ist da eigentlich los? Aber heute am 10. Juli 2023 haben wir das Dementi der Bundesregierung bekommen. Die Bundesregierung hat Folgendes gesagt, ich zeige es Ihnen mal ganz kurz. Auf NTV hat man hier, also ich habe hier einen Beitrag vom 10. Juli 2023 von 15.18 Uhr. Hier steht ganz klar, Regierung tastet Witwenrente nicht an. Schnitzers Idee zurückgewiesen. Die Frau Schnitzer hört ja nicht auf, ihre Idee, die Witwenrente aufzugeben, sozusagen nicht auf und verteidigt sogar noch ihre Idee weiter, um Anreize für das Arbeiten im Alter zu schaffen. Aber ihre Idee stößt immer breiter auf Ablehnung. Also die Bundesregierung hat über die Sprecherin, über die stellvertretende Sprecherin Christiane Hoffmann heute gesagt, die Regierung lehnet das ab, der Koalitionsvertrag sehe es nicht vor, die hinterbliebenen Rente ist sicher, meine Damen und Herren. Deswegen sollten Sie sich bitte aktuell um Ihre laufende Witwenrente, auch um die zukünftige, möglicherweise also keine Sorgen machen. Sogar unser bayerischer Ministerpräsident Söder von der CSU sagt, Finger weg von der Witwenrente. Der Markus Söder greift Frau Schnitzer da direkt an und sagt, das ist ein Angriff auf viele Familien und die Lebensplanung vieler Frauen. Und jetzt schauen wir uns nochmal einen kurzen Artikel dazu in der Frankfurter Rundschau an. Und dort, hier sehen Sie auch mal die Frau Schnitzer, ja, das ist die Dame, die im Übrigen Professorin und Beamtin ist, die möglicherweise wieder mal nicht von ihren eigenen Vorschlägen erfasst ist. Ja, wer im Classhouse sitzt, liebe Frau Schnitzer, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Aber, also ich sehe das auch nicht so, dass der Vorschlag der Schnitzer, die Ökonomin und Vorsitzende der Wirtschaftsweisen ist, eine Revolution der Rente wäre, das ist letzten Endes nichts weiter als ein Witzvorschlag. Also zumindest aus meiner Sicht, diesen Vorschlag finde ich schlicht und ergreifend lächerlich. Aber jetzt kommt's, was sagt denn unser lieber Bundestagsvize Wolfgang Kubicki von der FDP zu diesem Vorschlag? Und dann folgender Satz, der hochinteressant ist. Ja, also Frau Schnitzer, bitte lesen Sie sich das mal durch. Können Sie ja mal bei Herrn Kubicki dann anrufen und fragen, wie er das meint, im Zusammenhang mit Ihrer Person. Langsam beschleicht mich das Gefühl, es gibt im demokratischen Spektrum eine fünfte Kolonne, die der AfD mit solchen Vorschlägen zum Erfolg verhelfen will. Naja, lieber Herr Kubicki, ich weiß nicht, ob Frau Schnitzer der AfD mit so einem Vorschlag zum Erfolg verhelfen will. Kann ich nicht einschätzen. Ich gehe aber davon aus, dass, was ich von Frau Schnitzer schon so alles gehört habe zum Thema Rente, dass da doch schon ein bisschen neoliberaler Ansatz mit dabei ist. Und das genau ist es, was mich hier sozusagen ein bisschen, was mir ein bisschen aufstößt, wo ich mich auch ein bisschen ärgere darüber, weil ja doch viele Menschen in Deutschland auf die Witwen- und Witwerrente angewiesen sind. Ja, mich beschleicht auch so langsam aber sicher immer mehr das Gefühl, dass so bestimmte Wirtschaftskräfte in unserem Land, dazu gehört möglicherweise auch die Frau Schnitzer, Beamtin, hochbezahlt, an unsere gesetzliche Rente ran wollen. Die wollen uns sozusagen mit immer mehr Ideen, mit immer mehr Horrorszenarien, wollen die unsere gesetzliche Rente schlecht machen, madig machen, wollen sozusagen an dieses System ran. Die gesetzliche Rente ist umlagefinanziert, das wissen wir, und es ist kein schlechtes System. Wir haben nur ein Problem. Es zahlen zu wenig Leute in die Rentenkasse ein. Ja, und da bin ich schon der Meinung, dass Frau Schnitzer genauso wie ich, wie viele andere auch, in die Rentenkasse einzahlen sollten. Alle Beamten in Deutschland zum Beispiel, Regierungsmitglieder, Bundestagsabgeordnete sowieso, ja, die kriegen eine unverschämt hohe Altersversorgung und haben kein Problem, von diesem System zu profitieren, wenn jetzt zum Beispiel die Witwerrente abgeschafft würde oder die Witwerrente abgeschafft würde, dann würde die mit Sicherheit Kanzlerwahrscheinlichkeit für Beamte, Beamtinnen oder Bundestagsabgeordnete nicht abgeschafft werden. Denn da greift ja dann das sogenannte Alimentierungsprinzip. Stellen Sie sich das mal vor, der bundesdeutsche Staat, die Regierung, kommt an und sagt, wir schaffen analog zur Abschaffung der Witwin- und Witwerrente im gesetzlichen System diese Vorsorge auch für Beamtinnen und Beamte ab. Da bin ich ja mal gespannt, wie schnell diese Leute dann bis zum Bundesverfassungsgericht klagen. Und Sie können sich vorstellen, wie die Urteile dann ausgehen. Meistens immer zugunsten der Beamtinnen und Beamten. Sei ihnen gegönnt, aber dann bitte auch für die gesetzlichen Rentenempfänger, die in Deutschland über 5 Millionen hinterbliebenen Renten bekommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Wir haben heute am 10.07.2023 aktuell dazu einen Beitrag veröffentlicht auf rentenbescheid24.de. Gucken Sie bitte unter rentenbescheid24.de aktuell. Das können Sie mal nachlesen. Feine Sommerlektüre. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.